Hallo Leute, ich möchte euch ganz kurz nur zwischendurch mal mein leichtestes Stativ, was ich gefunden habe, für mich gefunden habe, in meiner Kombination mit der kleinen SD-Flashcard-Kamera zeigen. Dazu nehme ich mein Handy und filme jetzt mal die Kamera hier. So sieht das aus. Es ist mein Selbst-Entrippel-Armband, was ich an dieser Stelle um die Kamera herumgewickelt habe in irgendeiner Form. Und das hänge ich in einer Astgabel, an einen Ast. So sieht das aus. Es ist mein Selbst-Entrippel-Armband. Funktioniert sehr gut.